Das Abendmahl von Leonardo da Vinci Das Abendmahl ist nach der Mona Lisa wohl das bekannteste Werk des Künstlers Leonardo da Vinci und gilt heute als Meilenstein der Renaissance. Im Auftrag des mailändischen Herzogs Ludovico Sforza wurde es zwischen 1495 und 1498 angefertigt und schmückt so den Speisesaal der Mönche im Santa Maria Grazie Kloster in Mailand. Das Werk zeigt, wie Jesus mit seinen zwölf Aposteln am Vorabend seiner Kreuzigung gemeinsam an einer langen Tafel sitzt und in diesem Zuge verkündet, dass einer von seinen Begleitern ihn verraten werde. Dieses Thema wurde in der Kunst bereits von verschiedenen Künstlern dargestellt. Der Tisch wurde im vorderen Bildteil positioniert, sodass es den Eindruck erweckt, die gemalten Personen würden von dem Gemälde an der Wand auf die Mönche im Speisesaal schauen. Das Bild ist ein Paradebeispiel für den im 15. Jahrhundert entstandenen Wandel von handwerklichen Regeln und Erfahrungen hin zu mathematisch fundierter Konstruktionssysteme. Unübersehbar spielt Jesus in diesem Bild die Hauptrolle. Er wurde etwas größer dargestellt und mittig im Geschehen platziert. Die Fenster im Hintergrund sowie die Fluchtlinien unterstreichen diese Position. Während er sehr ruhig mit gesenktem Kopf gemalt wurde, sind seine Jünger in heller Aufregung. Unruhig diskutieren sie miteinander, wer der Verräter sein könnte. Dabei sind verschiedene Reaktionen zu beobachten. Die drei Jünger am rechten Bildrand verkörpern Matthäus, Thaddeus und Simon Zelotes, welche ihre Köpfe einander zugewandt haben und gemeinsam rätseln. Anders als bei den anderen, die ihren Blick ins Bildzentrum gerichtet haben, weisen bei ihnen nur ihre Gesten auf den Heiland hin. Judas, der schuldige Verräter, sitzt in der linken Tischhälfte im Halbschatten neben Johannes vor Petrus. Man erkennt ihn am Geldsack in seiner Hand und sein Gesicht ist als einziges vom Betrachter abgewandt. Johannes wiederum dessen Gewand, dem von Jesus sehr ähnelt, spiegelt den Heiland in Blickrichtung und Körperhaltung. Er wird in der Kirche auch als Lieblingsjünger bezeichnet, welcher als einziger Jünger unter dem Kreuz stand. Er ist mit sich im Reinen, ist sich sicher, dass ihn niemand verdächtigen wird und sitzt somit still da. Er ist mit einem Sch Vielen Dank.